Ein herz erfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zum nächsten Zoo-Besuch an diesem Sonntag. Dieses Mal sind wir im Zoo of Aventia von Korpivari und der Zoo, den habe ich schon vor langer, langer Zeit bekommen. So wie alle Zoos, die wir jetzt in Zukunft ein bisschen besuchen werden, habe ich alle schon mal früher gekriegt, aber hatte ja eine kleine Pause. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt reingehen. Sehr geehrte Besucher, in diesem Zoo gibt es bestimmte Orte abseits eines des Rundweges. Diese sind mit einem roten Punkt markiert. Wir empfehlen Ihnen, sich an diesen Ort ein wenig umzusehen und zu entschleunigen. Viel Vergnügen wünscht das Zoo-Team. Na dann, gehen wir mal rein. Das ist der Zoo of Aventia oder Zoo of Aventia. Es wird wahrscheinlich Zoo sein und das ist ein sehr, sehr schicker Eingang, möchte ich mal kurz so erwähnen. Wir gehen trotzdem mal rein. Hier vorne gibt es die Tickets, da gehen wir doch gleich mal schauen bei den Tickets. Gleich mal eins kaufen und dann rein. Das hier ist super smart gemacht mit den Adalus-Tafeln. Gibt es hier von der Seite auch? Ne. Aber es sind einfach nur Boxen. Gut gebaut. Ja, herzlich willkommen. Zoo of Aventia. Liebe Besucher, hier hausen unsere Luchse Rufus, Tina und Gene. Gene wahrscheinlich. Wir ermöglichen hier einen intimen Einblick in das Leben dieser wunderschönen, aber auch wilden Tiere. Damit Sie und andere Besucher Sie weiterhin von nahe sehen können, bitten wir Sie, den Zaun nicht zu berühren und damit sich sowie die Tiere zu gefährden. Vielen Dank für Ihr Verständnis, die Zooinhaberin Corpivari. Und da gehen wir gleich mal gucken. Wir wollen erst mal schauen hier, da gibt es Lama, Grizzly Ducks und das Aquatic Bereich oder den Aquatic Bereich. Achso, das sind unsere Luchse. Der Rundweg geht halt den Weg. Aber ich möchte halt trotzdem hier die Luchse sehen. Das sind aber keine Luchse, das ist Dammwild. Alter, die Wölfe, die hier heulen im Hintergrund. Das ist aber ein schönes Gehege, ne? Hier mit so einem Rundding. Das smart gemacht. Finde ich eigentlich ganz cool. Das ganze Gras und so, das gefällt mir richtig gut. Möchte ich mal kurz erwähnen. Dass das ein schönes Gehege ist. Ich hoffe, wir sind irgendwann bei den Wölfen. Also hier die... Die unrechten Steine sehen halt immer noch geil aus, ne? Achso, nicht anfassen. Stimmt, hier sind jetzt die Luchse drin. Ach, guck mal da. Da ist ja ein Babyluchs. Hallo, Baby. Hallo, Babyluchs. Süß. Aber es sieht halt wie ein Maschendrahtzaun sieht das halt krass aus, ne? Aber es ist halt sicherer so. Da kommt auch noch ein Luchse vorbei. Der ist ja weiß. Irgendwie nice. Das sind super Tiere. Finde ich cool. Eurasischer Luchs, genau. Sehr cool. Sehr coole Infotafel hier. Muss ich auch nochmal sagen. Gefällt mir. Sehr, sehr nice. Ach hier, guck mal, da gibt es einen Shop. Gehen wir nochmal kurz reinschauen, was hier drin ist. Ja, ja, das ist cool mit diesen Plakaten und dann hier ganz viele andere Shop-Items. Baue ich ja eigentlich sehr selten. Eigentlich nie. Muss man aber eigentlich machen. Und dann hier das Luchsgehege nochmal. Sieht schick aus. Der Baum fliegt so ein bisschen. Die Wölfe, ey. Hier ist ein, achso, das ist ein ATM. Ah, smart gemacht, sodass man die Sachen, dass man das quasi privat für sich hat, ne? Guck mal, Sachen gibt's. Ist hier nochmal Luchs. Das müsste nochmal Deluxe sein. Genau. Und hier Dachse. Guck mal, ist sogar ein bisschen erhöht, ne? Das ist ja vielleicht bei solchen Tieren auch immer ganz cool, dass man das Gehege ein bisschen erhöht. Sodass man die Dachse dann sehen kann. Rundweg. Das andere. Achso, da muss man wahrscheinlich hier reingehen, um zu gucken. Mit den, mit den Lachsen, hätte ich beinahe gesagt. Mit den Dachsen. Dachs-Bau-Kern. Ja, die funktioniert ja leider nicht immer. Das ist aber ein bisschen nervig. Ah, ist hier die Wölfe, ey. Die Wölfe, ey. Ja, aber es sieht schon ziemlich nice aus mit den Dachsen hier. Und dann gerade, wenn die hier so auf Augenhöhe sind, was die ja sind, gefällt mir das immer richtig gut. Okay, äh, wir gehen den Rundweg weiter. Das sollte ja, sollte ja die richtige Entscheidung sein, möchte ich mal, möchte ich mal behaupten. Ähm, weiter geht's mit dem Rundweg. Da war kein roter Punkt, ne? Aber gerade das mit dem, mit den Wegen bauen und dann eine Zootour machen, ist super anstrengend, super schwierig. Deswegen, ich beneide jedes Mal die Leute, die das dann richtig gut hingekriegt haben. Hier eine kleine Pergola mit Vivarien und diesen Autoshops, die ja auch mega nice sind, ne? Sind halt besser, als direkt so einen ganzen Shop zu bauen. Kegelrobbys. Die Robbys. Gleich mal schauen. Zum Watschler. Gucken wir gleich mal. Aber hier geht's einmal zu den Kegelrobben reinschauen. So süß. Die Kegelrobben. Und was ist hier? Ist doch, ah, das ist ein Pinguin, ne? Ja, die sind halt auch nice, ne? Die sind halt auch cool. Okay, wir möchten einmal zum, zum Watschler. Das müsste ein Restaurant sein, wie, wie das da auf dem Schild steht. Restaurant. Möchte trotzdem mal hin und schauen. Müsste ja hier drin sein, genau. Guck mal, dann kann man hier was zu essen holen. Dann kann man sich hier hinsetzen. Und dann kann man nämlich hier auch nochmal unter Wasser ein bisschen gucken. Lebt in Afrika, brillen Pinguin. Wie schwer werden die? Ah, 3,1 Kilo. Das ist ja nicht so schwer. Aber, gefällt mir. Oh, kleinen Moment. Puh, da konnte ich einmal kurz, äh, mich, die Aufnahme kurz pausieren, weil ich musste richtig doll niesen. Puh, das hatte ich ja schon lange nicht mehr, dass ich beim Aufnehmen niesen musste. Ach, das hat immer auf die Robben. Und hier die Pinguine. Er ist aber ein cooles Aquatic. Eine coole Aquatic-Ecke. Restaurant, Rundweg. Ach so, dann haben die hier ihre Höhle. Ich mag ja die afrikanischen Pinguine, ne? Die Brillen-Pinguine. Finde ich mega nice. Glaub ich, habe ich auch schon oft gesagt, dass ich die gut finde. Ach so, dann kann man hier die Robben unter Wasser anschauen. So ist ja immer am besten, weil dann kann man hier immer ein bisschen schauen, wie das gebaut wurde und so. Ist aber auch gut gemacht unter Wasser, ne? Und das ist ja vielleicht auch, deswegen mache ich ja auch die Zoo-Besuche, damit ihr auch Inspirationen kriegen könnt. Und ich vielleicht auch und so. Dass man sich das anschauen kann und sagen kann, ja, das sieht ja schon ziemlich nice aus. Hier können die Besucher dann sitzen und sich da ein Zoo-Dings anhören. Auch schön mit dem Gelände gearbeitet. Das mache ich ja persönlich eigentlich nie, ne? Wenn man da leider mal ganz ehrlich sein soll, das passiert eher selten. Okay, Rundweg geht da lang. Dann machen wir das mal. Und jetzt geht der Rundweg hier lang. Ach, guck mal, dann steht das, ah ja. Okay, das war auch smart gemacht, dass man das auf zwei Fische in den Seiten schreibt. Hatte ich nicht bedacht. Oh mein Gott, die Wölfe, ey. Da ist so eine kleine Windmühle im Hintergrund, die sieht halt auch gut aus. Hier schön mit Steinen. Alles gedingst. Hier ist die Grizzly drin. Da ist ein weißer Grizzly. Ein Albino. Und da hinten läuft ein browner Grizzly. Und da ist ein Wolf. Der total laut ist. Ich glaube... Ich glaube, der ist verbuggt. Warte mal, ich... ...regel das mal kurz. Ich regel das doch nicht, weil da läuft noch ein Wolf. Dann kann das ja nicht verbuggt sein. Ich hätte halt gedacht, dass die verbuggt sind. Dass die nicht hier drin sein sollen. Aber es sieht halt so aus, als wären die da drin. Hm. Welche Katze ist es? Das ist aber auch gut gemacht mit diesem Ding hier. Und das ist auch nochmal so ein Ding, das... Das muss man... ...muss man sich einfach angewöhnen, dass man das macht. Dass es nicht gerade ist immer, sondern dass es auch so ein bisschen abgerundet ist. Und gerade bei... ...bei den, ähm... ...bei den Rigzplatten kannst du das sehr, sehr gut machen. Tatsächlich, hier ist halt auch ein Wolf drin, ne? Der Grizzly und der Wolf. Dachte, ich müsste das regeln. Ach, guck mal, da hinten läuft er. Die sehen aber auch cool aus, als Alpinos, ne? Hat auch so ein bisschen was. Und dann laufen hier auch Wölfe drin rum. Wölfe und Grizzlys. Dass die nicht fighten. Also kämpfen. Oh. Überraschend. Hm. Da fehlen Informationen. Hier gibt's keine Tiere auf der Seite. Hier so ein schöner, schöner Zaun. Da gibt's so ein... ...Bien... ...Äh, äh, Dings. Zur alten Mühle. Ach, guck mal, zur alten Mühle ist so ein Ding, da kann man hin und dann zum Verweilen lädt es ein. Ach so. Aha. Guck mal, das smart gemacht. Das smart gemacht. Ach so, und die kommen dann, weil hier der Fotoplatz ist. Finde ich sehr cool. Sehr gut gemacht. Dann hier die ganzen Insektenhotels. So, Marktplatz ist den Weg und dann Steinbockburg. Also der Marktplatz müsste ja das hier sein. Der lädt dann auch zum Verweilen ein. Das ist wie so eine kleine, wie so eine kleine Stadt, ne? Ja, das liebe ich ja, wenn die Bäume so eingebaut sind. Hier Vivarien. Hier halt auch noch mehr Vivarien. In die Vivarien gucke ich jetzt auch nicht rein, weil wir wissen ja, welche Tiere da drin sind. Da ist eine Schnecke. Sagt er und guckt in dann Vivarien. Die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, die Schnecken, glaube ich. Ich glaube, daran liegt es. Wo man immer denkt, ja, Schnecken sind ja langweilig. Ist aber ein schönes, äh, ein schönes Dorf hier. Souvenirs gibt es ja auch nochmal als Shop. Sehr, sehr nice. Grizzlies alte Mühle. Steinbockburg. Das geht dann hier hoch. Coddum. Rundweg. Steinbockburg, genau. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Was ist das hier? An. An. An Zeit gekostet hat, sowas zu bauen. Hier sollen angeblich Tiere drin sein. Ich höre auch Steinböcke. Die sind wahrscheinlich hier dann in dem Gehege drin, ne? Ja, da hinten. Okay. Aber das ist dann so der Innenbereich für die. Das ist doch auch gut to know. Gehen wir hier nochmal hoch. Oder auch nicht. Ah, doch, jetzt. Das hatte ich letztes Mal auch und da habe ich was verpasst. Das geht ja natürlich nicht. Achso. Ja, okay. Ja, ich meine... Herrgott, ne? Aber es ist eine coole Burg. Muss man... Muss man auch sagen. Dann gucken wir mal, dass wir runterkommen. Ohne hier durchzubacken. Und Shops gibt es hier unten auch. Das ist auch nicht schlecht. Was hier drin? Achso, das ist einfach nur... Wo man... Wo man was essen kann. Okay, nice. Rundweg geht weiter. Dann gehen wir natürlich auch weiter. Schöne hohe Bäume auch. Hier sind dann die Steinböcke, ne? Ja. Da oben sind sie. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht so oft gebaut, tatsächlich. Gibt irgendwie ganz viele Tiere, die ich nicht... Die noch nicht so häufig gebaut habe. Aber gerne häufiger bauen würde. Und die... Die Steinböcke zählen dazu. Das ist ein fetter Zaun hier. Und dann... Habe ich hier ein weitläufiges Gehege. Das wird wahrscheinlich... Bisonweide, genau. Das werden wahrscheinlich Bisons und Gabelböcke sein. Die dann zusammenleben. Macht man ja normalerweise so. Warte mal. Sollen wir schauen nicht, dass hier wieder ein... Ein roter Punkt war. Marktplatz Grizzlies. Ne, okay. Bisonweide und Pumas. Das ist aber schon ein großer Zaun, ne? Schön weitläufig. Das ist vielleicht auch ganz cool. Und dann haben wir die Dinger hier. Richtig gut gemacht. Die werde ich vielleicht kopieren. Vielleicht. Das sind nur Bisons. Ich dachte, das wären Gabelböcke gewesen. Die weißen. Aber das sind... Das sind alles nur Bisons. Das ist auch witzig mit den... Mit den... Mit den Albinos immer. Bisons sind halt auch cooler geworden mit der Zeit, ne? Wenn man jetzt halt mehr nordamerikanische Sachen hat, kannst du Bisons halt auch ziemlich gut bauen. Das darf man nicht vergessen, das. Je mehr Tiere du von einer Seite hast, von einem Kontinent, desto häufiger kannst du halt auch welche davon bauen. Das lohnt sich dann auch gleich ein bisschen mehr. Finde ich. Ein riesen Unterstand hier. Okay, was gibt es hier? Bisonstall, Puma. Oder Rundwege und Polarfuchs. Wir gehen einfach zum Bisonstall. Den Puma muss ich dann später sehen. Hoffentlich. Aber ein cooler Stall. Für Bisons. Das ist nice. Ich mag die Bisons, ja, ne? Habe ich das eben schon gesagt? Ja, ne? Okay, die Pumas, die besuchen wir jetzt nicht. Wir gehen den Rundweg und hoffen, dass wir da zum Puma kommen. Weil hier gibt es Polarfuchs nochmal. Gehen wir ins Eisschloss. Ich weiß nicht, das Eisbauset finde ich halt nicht so nice, ne? Weiß auch nicht warum. Polarfuchsis. Die sind auch ein bisschen erhöht. Und dann leben die hier. Habe ich, glaube ich, auch erst einmal gebaut. Mich so gefreut, dass die drin sind. Die sind aber auch süß, ne? Die sind aber auch sweet. Kannst du nichts zu sagen. Die kleinen süßen Polarfuchsis. Sehr, sehr süß. Oh, like. Sehr, sehr süß. So, Mitarbeiterbereich. Das passt. Achso, dann kommen wir hier raus zum Puma. Asia-Bereich gibt es auch noch. Halleluja. Hier gibt es nur noch ein Restaurant. Nochmal so ein ATM. Da unten ist der Asia-Bereich wahrscheinlich. Krass. Wie groß der Zoo denn doch ist. Hatt ich jetzt nicht gedacht. Ach, da laufen Puma. Oh, da springen auch, wie viele hier auch sind. Krass, dann haben die hier so ihr Kletter-Stuff. Ich wollte gerade sagen, hüpft er jetzt nur? Oder so ein Hüpf-Puma? Okay, nice. Wie soll man weiter? Waren wir schon Rundweg? Gehen wir weiter. Aber hier ist halt auch schön bergig, ne? Für die Pumas. Sind aber auch süß. Sind aber auch süß. So, weiter geht die Wilde-Jagd. In die Richtung, da gibt es wahrscheinlich nur Mitarbeiter, ja. Und dann haben wir hier Rundweg, Asia-Bereich, Lama und Pisse-Walz gefährt. Asia-Bereich. Okay. Jetzt ist auch gleich ein ganz anderes, ganz anderes Pflanzengebiet, was man sehen kann. Das ist auch schön. Ah, dann haben wir Shoppies. Die kleinen, süßen Shoppies. So sweet. Ich liebe die, ne? Mittlerweile, früher, hingen die mir so ein bisschen aus dem... Restaurant. Hier läuft erstmal eiskalten Kranich durch die Gegend. Ein Kranich-Baby auch. Das überrascht mich jetzt. Normalerweise kennt man das nur so von Flamingos. Aber hier... Hier sind Kranich unterwegs. Dann hier das Restaurant. Das asiatische. Super gut. Gefällt mir richtig gut. Gut gemacht. Auch hier dieser Blick. Gefällt mir halt auch richtig gut. Gefällt mir auch richtig gut. So, weiter geht's. Raus aus dem Restaurant. Und... Weiter hier lang. Rundweg Pandatal. Nja, irgendwas habe ich dann falsch gemacht. Genau, ich bin nicht da lang gegangen. Zum Rundweg und zum Pandatal. Machen wir das mal. Weil hier ist dann das Pandatal. Genji und Ho-Win. Achso, das sind die kleinen. Die kleinen roten Pandas. Kleiner Panda. Lebt in Asien. Achso, dann haben die hier so ein... So ein geschlossenes Ding. Das ist auch smart. Aber für rote Pandas macht man das eigentlich eher selten. Sieht aber cool aus. Und Rinden-Mulch. Leute, Mulch! In die Kommentare. Mit euren Mulch-Emotes, wenn ihr die schon habt. Pandastall. Achso. Oh, da ist ja ein kleines Baby. Hi! Kleiner Baby-Panda. Hallo. So sweet. So sweet. Da läuft die große Panda. Panda Mama. Okay, wir gehen mal hier lang. Weil dann können wir nämlich ins Panda gehen. Da ist noch ein Panda. Ach, sind die toll. Die Pandas da. Panda Bären. So sweet. So sweet. Nice, nice, nice. Das ist ein schönes Panda-Gehege. Ein schönes Panda-Tal. Gefällt mir gut. Äh, Rundweg. Noch ein Restaurant. Ich finde es auch cool, wie viele Restaurants es hier gibt. Finde ich ist gut. Der See hat einen roten Punkt. Da gehen wir natürlich auch nochmal hin. Mitarbeiterbereich. Achso. Guck mal da mit Kerzen auf dem, auf dem Wasser. Und dann hier diese Gondeln. Finde ich gut. Ich finde das gut mit diesen roten Bereichen. Die sind auch nicht so, so viel. Also man hätte, ich hatte jetzt zu Anfang so Angst. Okay, ich muss die ganze Zeit irgendwo hingehen. Aber das sind, sind relativ gute, relativ gute Sachen. Wunden. What? Grundweg geht den Weg. Polarfuchs. Wahrscheinlich den Weg hier. Oder hier rein. Nee Da sind Schuppentieren, komm Okay, ich hab mich verlaufen, hä? Aber der Rundweg geht hier lang Und dann geht's zum Pandatal, da bin ich dann hochgekommen Dann sagt der Rundweg hier Dann geh ich hier lang Dann geht er zum See Dann sagt er nochmal Rundweg Und hier sagt er auch nochmal Rundweg Dann muss ich ja hier raus Fühlt ja kein anderer Weg dran vorbei Als dass ich hier rausgehe Weil dann müsste hier vorne Nämlich nochmal Rundweg kommen Genau, Rundweg, Ausgang Lama und Pässe, weil's geführt Hier wieder diese Box Hier könnte auch gut nochmal irgendwas hin Das ist sehr weitläufig Aber manchmal muss man auch Mut dazu haben Dass das ein bisschen weitläufiger sein kann Finde ich, ist Ist auch angebracht zwischendurch zumindest Bist du Walzgefährt? Guck, du sprichst das immer falsch aus Ich weiß, oh Das sieht aber nice aus So viele Blumen Ich find das so toll Ich find das so toll, dass die im Spiel sind mittlerweile Die letzten zwei Packs waren richtig, richtig gut Annehmlich die letzten zwei Das A-Teilungspack und das Grasland-Pack Ja, das Twilight-Pack war auch okay Aber gerade die beiden Packs Das haben mir sehr, sehr gut gefallen Das sieht halt auch nice aus Gut gemacht mit den Bäumen hier hinten Als Zaun Mit den Baumstämmen Find ich gut Rundweg und zu den Lamas Dann lasst uns doch mal Zu den Lamas gehen Und dann ist diesen Sonntag Tatsächlich der Zoo-Besucher schon fertig Glaube ich Da ist Mitarbeiterweg Guck mal, hier vorne gibt's Lamas Hawker Kutzko Und Churan Churan Das sind die drei Lamas hier Ach, da hatte ich eins Ich wollte gerade sagen Ich sehe aber nur zwei Das ist aber ein süßes Lama-Gehege Lamas waren die ersten zahmen Tiere im Spiel Kann das sein? Sind das auch die einzigen eigentlich? Ich weiß das gerade gar nicht Genau, und hier vorne ist dann nochmal das Dammwild Womit wir angefangen haben Die sind auch sweet Sehr nice Sehr Sehr nice Ich finde das ist ein schöner Zoo Ist auch schön weitläufig Ist schön riesig Gut geworden hier mit diesen Bäumen An der Seite und so Gefällt mir richtig gut Vielen Dank auf jeden Fall Dass ich diesen Zoo besuchen durfte Schreibt gerne in den Kommentaren Was euer Highlight war Und wenn ihr möchtet Dann sehen wir uns vielleicht nächsten Sonntag wieder Zum nächsten Zoo-Besuch Ich würde mich freuen Bis dahin Haut das mal rein